Welcome to my G-Spot Hallo und herzlich willkommen zu meinem G-Spot. Ich bin Stefanie Giesinger und ich möchte hier mit euch über alles Mögliche sprechen, was euch und mich interessiert. Das sind Themen wie Finanzen, Feminismus, Sex, Perfektionismus und so weiter. Alle Themen sind erlaubt und ich freue mich vor allem, wenn wir hier Tabus brechen können. Und das tue ich nicht alleine, also ich sitze nicht hier und halte einen Vortrag. Sondern spreche mit unterschiedlichen GästInnen über diese Themen. Das sind unter anderem bekannte Menschen, FreundInnen, ExpertInnen. Alles Leute, die mich inspirieren und die ich auch mit dem Thema assoziiere. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen. Und vielleicht habt ihr es auch schon auf Social Media gesehen. Wir hatten ein kleines Makeover bei uns am Set. Schaut auf jeden Fall mal vorbei und schaut auch auf YouTube vorbei. Und jetzt starte ich, wie immer, mit den davor aufgeschriebenen Gedanken. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Meine Angst, nicht gut genug zu sein, begleitet mich täglich. Ich weiß natürlich, dass nichts und niemand auf dieser Welt perfekt ist. Doch ich habe fast immer das Gefühl, dass ich mir vor allem in Bezug auf meinen Job keinen Fehler erlauben darf. Ich habe so eine trügerische Überzeugung, dass ich es nicht verdient habe, da zu stehen, wo ich gerade bin. Wenn dabei aufliegt, dass ich vieles oft gar nicht so gut kann, könnte das fatale Folgen für mich haben. Also darf ich mir keine Fehler erlauben. So sieht es zumindest in meinem Kopf aus. Und die Einstellung, gut ist nicht gut genug, ist leider auch in anderen Teilen meines Lebens stets an meiner Seite. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich oft genervt von meinem eigenen Perfektionismus und versuche daher eine Balance zu finden zwischen meinem eigenen Anspruch und liebevoller Akzeptanz. In manchen Phasen meines Lebens fällt es mir super leicht und ich kann mein ehrliches, unperfektes Ich selbstbewusst und auch selbstverständlich nach außen tragen. Aber in anderen, vor allem in denen, in denen ich unsicher bin, versuche ich mir keinen einzigen Fehler zu erlauben und perfekt durchs Leben zu gleiten. Aber Surprise, das schaffe ich nie. Also kommt am Ende des Tages ein Gefühl der Frustration und noch größerer Unsicherheit hoch. Immer und immer wieder besuche ich dann die Szenarien, die ich an dem Tag erlebt habe, in meinem Kopf wieder und analysiere mein Verhalten. Und am schlimmsten ist es, wenn ich mich mit meiner Leistung auseinandersetze, indem ich etwas Aufgenommenes von mir sehe oder höre. Es fällt mir richtig schwer, das Gefühl zu beschreiben, welches dann hochkommt. Vielleicht wie so eine Mischung aus Wut und Scham mir gegenüber, denn ich bin so gut wie nie zufrieden mit meiner Leistung. Ich glaube, meine Mama spielt eine große Rolle in der Entwicklung meines Perfektionismus. Sie verlangt von sich selbst und auch von mir das Bestmögliche. Und einerseits kann ich dankbar sein für diese Eigenschaft, denn sie treibt mich voran und macht mich irgendwie auch aus, doch sie steht mir auch echt oft im Weg. Heute möchte ich mit einer Person sprechen, die ebenfalls den Perfektionismus stark verspürt und dabei auch in der Öffentlichkeit steht. Ich frage mich, wie sie mit ihrem eigenen Druck umgeht und ihn vielleicht sogar positiv nutzt. Sie ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und schon seit Jahrzehnten im Herz der Entertainment-Branche. Sie bewegt sich elegant zwischen Popkultur und Gesellschaftskritik. Sie steht nicht nur auf den großen Bühnen, moderiert zum Beispiel die Berlinale, sondern setzt sich auch mit den großen Fragen des Lebens auseinander. Die Liste ihrer Projekte ist super lang. Podcasts, TV-Shows, Online-Formate, Musiksendungen oder Filmfestivals. Und wie sie dem Ganzen gerecht wird? Mit ganz viel Perfektionismus. Ja, leider. Leider, ne? Den haben wir nämlich beide gemeinsam. Und wo ihr Perfektionismus herkommt und ob er sie manchmal auch lehnt, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Willkommen, Hartnett Tesfai. Oh, hallo Stefanie. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du da bist. Ja, of course. Ja, klar. Ich freue mich richtig doll. Also wir haben auf jeden Fall einige Dinge, die uns verbinden. Und dann dachte ich, vielleicht können wir voneinander lernen. Also ich habe dir vorhin bei deinen Gedanken zugehört und habe so ein paar Mal schon so ein Mh, Mh losgelassen. Also da war ich schon so kurz vorm Fingerschnipsen, um Zustimmung auszudrücken. Also da war ich schon so, ja, das verstehe ich, das fühle ich, das sehe ich, ja. Danke, dass du da bist und mit mir darüber redest. Sehr gerne. Was bedeutet denn eigentlich Perfektionismus für dich? Oh, das ist, ach. Fängst du gleich so an. Ja, ja, Entschuldigung, mit der Tür ins Haus. Ja, ja, ja. Was bedeutet Perfektionismus? Lass mich ganz kurz darüber nachdenken. Ich glaube, es bedeutet, auf alles irgendwie vorbereitet zu sein und das, was dann kommt, so gut wie möglich am besten eben perfekt zu meistern. So, das ist so ein bisschen mein Perfektionismus. Also der ist nicht nur, beschränkt sich nicht nur auf die Sachen, die tatsächlich direkt vor mir liegen, sondern auch auf die ein oder andere Weise innerlich, im Kopf, was auch immer, auf bestimmte andere Szenarien vorbereitet zu sein. Auch wenn ich keinen echten Plan für diese Szenarien dann habe, zumindest im Kopf irgendwie mir irgendwas zurechtzulegen, wie ich dann darauf reagieren könnte, um nicht in die Peinlichkeit fast zu kommen, nicht darauf reagieren zu können. Gleichzeitig habe ich mir aber jetzt angewöhnt, immer nicht sofort zu reagieren, sondern zu sagen, hm, ich brauche einen Moment, dazu kann ich mich noch nicht verhalten. Voll spannend. Da merke ich jetzt auch schon, Perfektionismus hat auf jeden Fall unterschiedliche Facetten, weil du bereitest dich vor und ich bin so eine Aufschieberin, denn ich habe immer das Gefühl, ich kann das eh nicht und ich habe so eine große Hürde, mit etwas anzufangen, weil ich weiß, ich kann das jetzt gerade nicht perfekt machen und dann schiebe ich das immer so vor mir her und dann ist der Zeitpunkt gekommen und dann mit ganz viel Stress und fast schon so verbissen versuche ich das dann so in einer ganz kurzen Zeit zu erledigen und bin dann nie zufrieden mit meiner Leistung, egal wie gut sie ist. Ich habe noch nie zum Beispiel eine Folge abgedreht bei G-Sport und dachte so, perfekt, das war jetzt Hammer, sondern immer so, alter, wieso kann ich das nicht, wieso das nicht, das nächste Mal, das nächste Mal und irgendwie denke ich, das will ich ablegen, aber andererseits, ja, es treibt mich halt auch wirklich voran. Ja, also ich finde, mein Perfektionismus ist zum Beispiel total selektiv. Es gibt so Momente und Bereiche in meinem Leben, wo ich wahnsinnig prokrastiniere, also wo ich Sachen total vor mir herschiebe. Ich bin auch zum Beispiel total unordentlich. Also das heißt, mein Perfektionismus, sehr zum Missfallen der Menschen, die mit mir leben, der weitet sich ganz offensichtlich nicht auf meinen Unordnungssinn aus. Also bei mir, du kommst rein, es kostet mich immer, Kraft und Überwindung aufzuräumen, weil es mir ehrlicherweise egal ist, ob da jetzt irgendwas liegt oder nicht liegt oder so. Das ist mir völlig egal. Sowas ist mir total wurscht, ehrlich. Und gleichzeitig prokrastiniere ich in vielen anderen Sachen. Also ich kann zum Beispiel, weißt du, so Behördengänge oder so, die schiebe ich wirklich bis Ultimo auf, wo ich weiß, okay, jetzt kann ich ehrlicherweise auch nur noch einen Expressreisepass beantragen und muss dafür einmal quer durch die Stadt fahren und kann das dann nur noch im Auszubildendenzentrum von Hohenschönhausen da in dem Bürgerbüro machen. Und da muss ich jetzt hinfahren und das ist jetzt das, was ich davon habe, dass ich das nicht schon längst gemacht habe. Weil wenn ich perfekt vorbereitet wäre, dann wäre mir das alles nicht passiert. Alles, was aber so ein bisschen mit einer gewissen Sichtbarkeit verbunden ist. Also wie andere dich sehen. Genau. Gar nicht sowas mit mir ist, sondern auch nicht in meinem Freundeskreis, weil die wissen genau, wie ich bin. Aber andere, die verurteilen mich vielleicht auch nicht dafür, die judgen mich nicht so. Aber alles, was mit einer größeren Öffentlichkeit zu tun hat, glaube, da gehe ich wirklich durch die Welt mit der Sorge, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. So, darauf bin ich vorbereitet. Also ich bin zum Beispiel bei meiner Arbeit extrem gut vorbereitet. Und das ist auch immer die Angst, wenn du da ganz vorne irgendwo stehst, kannst du dann natürlich als Moderatorin nie sagen, ja, sorry, aber das steht jetzt hier so auf meinen Karten, da ist irgendwie das Kind schon, keine Ahnung, irgendwo in der Redaktion oder in der Sitzung oder bei der Produktion oder irgendwas ist da schiefgelaufen. Sondern ich stehe da und ich muss dann da stehen. Und deshalb bin ich extrem, ja, kleinlich bei der Arbeit vorbereitet. Weil ich weiß so, das ist eine ganz andere Öffentlichkeit und eine ganz andere Fallhöhe und eine ganz andere Arena, in der ich mich dann da irgendwie behaupten muss. Und ich glaube, da bin ich dann schon so ein bisschen so, und da geht es mir genauso wie dir, dass ich manchmal Sachen gar nicht anfange, weil ich an mich selber den Anspruch habe, dass sie perfekt sein müssen, bevor ich sie irgendjemandem zeigen kann, präsentieren kann. Ich bin auch unordentlich. Ja, siehste. Und ich habe gedacht, ich bin unordentlich, weil wenn ich weiß, dass ich jetzt nicht genug Zeit habe, um das Zimmer perfekt aufzuräumen, dann fange ich damit gar nicht erst an. Weil danach ist gar nicht das Gefühl von, oh, toll. Also sagen wir mal, ich habe morgens noch 15 Minuten Zeit und könnte ein Teil von meinem Wohnzimmer aufräumen. Dann denke ich so, nee, weil der andere Teil sieht immer noch dann blöd aus. Das ist dann nicht perfekt vollendet. Und ich kann damit nicht anfangen. Also meine Motivationsschwelle ist so hoch, gering, keine Ahnung. Auf jeden Fall fällt es mir schwer, damit anzufangen. Und ja, ich glaube, deswegen würde ich sagen, der Perfektionismus steht mir da im Weg, dass ich oft prokrastiniere, weil ich das Gefühl habe, ich kann es jetzt noch nicht perfekt erledigen. Und machst du dann alles irgendwie? Ja. Weil ich mache dann noch nicht mal alles irgendwie. Weißt du, was ich meine? Weil dann nervt mich mein eigener Perfektionismus. Dann sage ich, wenn ich es mache, dann muss ich es auch richtig machen. Wenn ich zum Beispiel, ich muss meinen Schrank eigentlich ausmisten. Das kennst du bestimmt. Ich muss meinen Schrank ausmisten, weil da ist eine komplette Katastrophe. So, und ich gucke da jetzt rein und ich weiß, wenn ich jetzt damit anfange, so das eine Fach zu machen, was ich ja schon mal machen könnte. Doch, ich auch. Alles muss dann raus. Und dann verliere ich auf der halben Strecke irgendwie, weißt du, so den Überblick. Und dann ist mir das alles zu viel. Dann bin ich kurz davor, das alles irgendwie wieder in den Schrank zu stopfen. Dann ist die Frustration total hoch. Und dann arbeite ich mich da über einen Zeitraum von drei Tagen durch, bin komplett genervt von mir und der Tatsache, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Ja. Und dann irgendwann heule ich zwischendrin und sage, was habe ich mir denn da eingebracht? Warum habe ich überhaupt all diese Dinge? Und so weiter. Und so wird da so gleich so eine existenzielle Krise draus. Ja. Bei mir auch. Und irgendwann kommen wir dann ans Ziel und dann ist alles okay. Für ein paar Tage. Für ein paar Tage. Und dann ist es auch wieder nicht mehr okay. Sachen, die mir bei der Arbeit nie passieren würden. Ja, spannend. Gibt es eigentlich Dinge oder Personen, die für dich perfekt sind? Außer meinen Kindern. Deine Kinder sind für dich perfekt. Ja. Die kleinen Monster, die sind perfekt für mich. Ja, aber so wie sie sind. Also sie sind natürlich nicht perfekt, aber für mich sind sie perfekt. Aber grundsätzlich, nein, gibt es nichts, was perfekt ist. Es gibt manchmal so kleine Momente, bei denen ich denke, die sind perfekt. Das ist jetzt perfekt, wenn du irgendwo bist und der Moment ist perfekt. Dann muss man sich kurz so, weißt du, so, ich muss mir das merken. Ja, genau. Ich muss so ein Foto, ich muss dir das Gefühl behalten. Ein mentales Foto machen. Ja. Aber grundsätzlich, nee. Hast du das? Findest du irgendwas perfekt? Momente auf jeden Fall. Jetzt, wo du das gesagt hast, so mein Geburtstag. Da war der Sonnenuntergang da. Wir waren am Strand und haben gegessen. Und ich war da mit meinen Freunden und mit meinem Partner. Ich war so, das ist mein Leben gerade. Ich fühle mich so erfüllt. Also das war ein perfekter Moment. Aber ansonsten, ich bin anderen Menschen nicht kritisch gegenüber und verlange von denen nicht so eine Leistung wie von mir. Deswegen habe ich mich eigentlich noch nie gefragt, ob eine Person perfekt ist oder nicht. Also ich habe natürlich mal einen Supermodel gesehen und dachte so, oh my God, she is perfect. Aber so, ja, nee, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hinterfrage das gar nicht, ob Dinge oder Menschen perfekt sind, außer es betrifft mich. Und da ist absolut nichts mit perfekt dabei. Ich weiß auch nicht. Man ist so streng mit sich selber. Und dann denke ich aber manchmal, warum? Ich habe ja die Maßstäbe auch nicht an andere, die ich an mich habe. Und gleichzeitig denke ich auch meinem A. Manchmal ist es aber auch ganz okay, weil es hat ja dich auch irgendwie weitergebracht. Also ich meine, es hat dir so eine Arbeitsethik irgendwie mitgegeben. Ich frage mich dann immer nur, ob die aus mir herauskommt oder ob die eben quasi meinem Umfeld oder dem Bereich, in dem wir uns ja auch irgendwie bewegen, ob die dem geschuldet ist. So, dass das so wirklich ein gefühlt strenges Umfeld ist. Für manche mehr, für manche weniger. Ist ja auch immer so die Frage. Wer muss perfekt sein? Wer muss nicht perfekt sein? Wer darf Fehler machen? Wer darf sie nicht machen? Bei wem werden sie irgendwie sofort abgekanzelt, bestraft und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist es vielleicht auch in bestimmter Art und Weise so ein Frauending. Weil wir natürlich in der Öffentlichkeit noch mal ganz anders be- und verurteilt werden als viele Männer jetzt meinetwegen. Oder Nichtfrauen. Und da ist es dann schon echt so, ja, hat das schon auch ein bisschen was damit zu tun, glaube ich. Voll. Ich habe mich auch gefragt, bist du als Perfektionistin zur Welt gekommen oder wurdest du einer? Waren deine Eltern Perfektionisten? Meinst du, die haben auch eine große Rolle in der Entwicklung gespielt? Ich habe dir vorhin zugehört und du hast gesagt, dass deine Mutter ja so eine Perfektionistin ist. Meine Mutter ist keine Perfektionistin. Das habe ich irgendwann mal festgestellt. Meine Mutter ist so eine, die ist auch fein damit, wenn das irgendwie geht. Das finde ich eigentlich total charmant bei ihr auch vor allen Dingen, wenn sie so ist so, naja, habe ich einen Fehler gemacht, muss ich jetzt so, ja, dann ist die, die ist so ganz schnell dabei, sich wieder zu vergeben. Und das will ich gerade irgendwie selber lernen. Die hängt dann nicht so in ihrem Fehler drin. Und gleichzeitig, weißt du, sind wir irgendwie in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen und dann haben wir irgendwie da in Süddeutschland gelebt und sind ohnehin aufgefallen als migrantische, als schwarze Familie. Und da ist dann relativ schnell dieser Satz immer wieder und immer wieder und immer wieder gefallen, naja, ihr müsst schon auch besser sein als die anderen. Also weil euch sonst niemand nimmt, ernst nimmt, für voll nimmt, was auch immer. Und deshalb müsst ihr euch da schon anstrengen. Keine Fehler erlauben. Am besten nur Einsen und gut durch die Schule kommen, sodass euch auf gar keinen Fall irgendjemand ans Bein pissen kann. Das macht euch so bulletproof im Grunde genommen. Also perfekt sein macht euch, schützt euch. Und ich glaube, das ist sowas, was ich ganz krass übernommen habe und was, glaube ich, gepaart mit so einem, ohnehin mit so einer Aufgeräumtheit. Also ich mag es gerne nicht äußerlich aufgeräumt, aber innerlich aufgeräumt. Also ich mag kein Messy. Also ich mag, es gibt ja so Menschen, die haben so, die mögen, dass so Messy Relationships zu haben, irgendwie Messy Situationen und so. Das mag ich überhaupt nicht. Ich mag es irgendwie gerne klar. Und dann mag ich auch, dass wir ganz klar miteinander reden und dass alles so aufgeräumt ist. Also das mag ich schon so. Und ich glaube, das eine, gepaart mit dem anderen, das landet dann irgendwie, glaube ich, da landet man dann da, wo ich jetzt gerade bin, was ein echt anstrengender Ort manchmal ist, glaube ich. Hattest du das Gefühl, du musstest dich gegenüber deinen MitschülerInnen dann auch beweisen, vor allem mit den Vorurteilen, die sie hatten? Du hast gerade erzählt, ihr seid in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen. In Göppingen war das, nicht wahr? Und du warst die erste schwarze Person auf deiner Schule, stimmt das? Ja, weil was hat das in dir da ausgelöst? Also sowohl auf meiner Grundschule als auch später auf meinem Gymnasium. Und ich glaube, das ist halt so das Ding, wenn du so sichtbar bist, also so, ob du willst oder nicht irgendwie, dann konzentriert man sich auch irgendwie auf dich, auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich glaube, ich habe das dann schon schnell auch wahrgenommen und so. Habe aber auch gelernt, dass ich mit bestimmten Vorurteilen irgendwie leben muss. Also das ist dann einfach so. Also wenn ich jetzt nicht gut gewesen wäre in der Schule, hätte man gesagt, ja klar. Und wenn ich gut bin in der Schule, was ich war, dann hieß es immer, ja, Hardnet hat auch ein bisschen einen Exoten-Bonus. Und du bist halt so, okay, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Also was soll das? Dann hatte ich plötzlich irgendeinen Bonus, der mir eh geholfen hat. Also insofern, ja, es gab schon immer irgendwie Erwartungen. Und die Frage ist so, erfülle ich die? Komme ich denen nach? Wenn ja, dann wird mir das in diese eine Richtung ausgelegt. Und wenn ja, dann sind es wieder andere Erwartungen, die ich an der Stelle erfüllt habe und so. Also ich konnte es irgendwie nicht so richtig richtig machen. Gleichzeitig aber bleibt immer wieder diese Stimme so in deinem Hinterkopf. biete keine Angriffsfläche, biete keine Angriffsfläche, biete keine Angriffsfläche so. Und das ist dann nicht so, dass man sich dann gefällig macht, aber man will wirklich so wenig Fehler wie möglich machen. Ja, kann ich nachvollziehen. Also haben diese frühen Rassismus-Erfahrungen auf jeden Fall deinen Perfektionismus auch gestärkt? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Auch zum Beispiel, das ist so ein Phänomen, das hat mir mal mein Mann gespiegelt, der so meint, das ist ganz lustig, wenn wir in so Situationen sind, in manchen Situationen so, dann wird deine Sprache auch anders. Und das geht über dieses Code-Switching hinaus. Also es ist jetzt auf jeden Fall Code-Switching, dass man in bestimmten Settings anders spricht als in anderen Settings. Das haben, glaube ich, viele. Und gleichzeitig ist es aber bei mir noch so eine Art Code-Switching, die nochmal eine Spur härter und schärfer fast wird. Ich meinte, in manchen Settings bekommst du einen ganz scharfen Ton. Also so einen ganz genauen Ton auch vor allen Dingen. Dann werde ich so ganz, ganz nicht perfekt. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht perfekt ist, aber ich werde so ganz spitz. Und das ist dann so auch so eine Art Schutz. Weil ich dann natürlich dir sofort in der Sprache signalisiere, ey, komm mir nicht, komm. Und das wäre mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Aber er meinte, er hat das bemerkt. Das ist dann so wirklich so, das ist eine Unsicherheit wahrscheinlich, die ich dann auch mit so einer sprachlichen Klarheit vielleicht in den Griff bekommen möchte und so. Das ist so, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber jetzt fällt es mir manchmal selber auf. Und natürlich ist es bestimmt zu einem gewissen Grad auch sich schützen mit Perfektionismus, auf jeden Fall. Ja, du hast gerade schon deine innere Stimme erwähnt. Wie spricht sie dann so zu dir? Und auch vor allem am Ende des Tages? Bist du auch so, dass du Szenarien Revue passieren lässt und dir so denkst, boah, das war ja schlecht, das könnte ich noch besser machen? Ja, ja, klar. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich von der Bühne komme, bin ich sofort in der Analyse. Ich kann dann noch gar nicht so, hey, es ist vorbei, klar, in der Zwischenzeit kann ich das. Aber ich hatte so ganz viele Momente, wo ich sofort dabei war, zu sagen, okay, wie habe ich das gelöst? Wie habe ich dieses gelöst? Ich gehe sofort in den Austausch mit meiner Redaktion. Ich bin sofort in der Fehlersuche. Ich bin sofort in dem, wie haben die verschiedenen Menschen zusammengearbeitet, ich kann dir sofort Feedback geben, das und das und das brauche ich beim nächsten Mal. Das heißt, ich gehe zur nächsten Produktion und bin sofort noch aufgeräumter irgendwie. Und das ist schon echt, aber auch anstrengend, weil manchmal will ich dann so, ja, einfach auch so die Karten wegschmeißen und sagen, ja, scheiß drauf, vorbei, yeah, so. Aber das kann ich dann nicht. Aber ich werde besser da drin, ich werde besser da drin, ich werde gelassener da drin, weil ich aber jetzt natürlich auch noch mal auf eine ganz andere Erfahrung auch zurückgucken kann. Spannend. Also einerseits hat es ja Vorteile, weil du lernst daraus und du sagst so, von Produktion zu Produktion weißt du schon noch viel mehr, was du brauchst, um dich eben wohl zu fühlen. Und andererseits wünschst du dir aber eher mehr Gelassenheit. Verstehe ich. Also, und das passt jetzt gerade ganz gut hier rein, aber ich habe eine Anfrage für eine Laudatio bekommen, die in einem Monat passieren soll. Und jedes Mal, nachdem ich auf so einer Bühne stand und eine Laudatio gehalten habe oder irgendwas anmoderiert habe, mein Gott, da vor die Zeit Horror, weil ich immer prokrastiniere, ich denke immer, ich kann das eh nicht, ich fange nicht damit an, bis dann zwei Tage vorher und dann präge ich mir den Text ein und ich präge den mir dann so oft ein, bis ich ihn perfekt, in Anführungszeichen, kann, bei mir zu Hause oder dann irgendwie vor meinem näheren Umfeld mal durchspielen kann. und dann stehe ich da auf der Bühne, mir geht alles wirklich, meine Pumpe, alles ist so, ich sterbe gerade und die Tage, nachdem ich auf so einer Bühne stand, sind so schlimm. Echt? Ich denke immer, ich habe mich so blamiert, wirklich als hätte ich gerade das Peinlichste auf der ganzen Welt getan und ich denke so, keiner darf mich irgendwie mehr sehen. Jemals. Nie wieder, ja wirklich. Und ich frage mich, wie gehst du da mit deinem Perfektionismus um? Also vielleicht ist es bei dir, also klar ist es bei dir nicht so extrem wie bei mir, aber hast du da vielleicht irgendeinen Tipp für mich? Ja, also erstmal gibt es ja so Sachen, die du machst, wo ich dann auch immer sage, Bro, never. Wie, niemals würde ich das machen oder könnte ich das machen? Darum geht es ja. Ich könnte es nicht. Das ist so Nummer eins. Also ich finde, der Vergleich mit Leuten, die quasi Tag ein, Tag aus auf einer Bühne stehen, vor einer Bewegtbildkamera stehen und so, ich glaube, das ist immer, das ist nie okay. So gucke ich mir Sportler an und denke immer so, also jetzt muss ich den Halbmarathon auch in der und der Zeit laufen. Und dann denke ich mal so, ja, aber das ist nicht dein Beruf. Also ich muss mir dann immer wieder sagen, die Leute machen das von Beruf. Das ist so, glaube ich, immer so das eine, was mir hilft, ja. Also wenn, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass du so viele Fotos machen musst, bis ein Foto dabei ist, wo du dann sagst, das ist decent. Ich muss wirklich, ich kann, also ich bin, ich stelle mich da auch einfach blöd an vor so einer Kamera, Fotokamera. Streckst du die Zunge raus? Ja, und dann stehe ich komisch und so und ich weiß es nicht, aber weil ich es nicht weiß, verstehst du? Das ist ja immer so dieses Ding so. Und also das ist nur das eine. Es gibt Dinge, die kannst du richtig gut und es gibt Dinge, die kann ich richtig gut und es gibt andere Dinge, die können andere Leute richtig gut. So Nummer eins, das ist das erste. Nummer zwei ist, wenn man dann aber schon sich so außer seiner Komfortzone begibt und Sachen macht, die einem eigentlich Angst machen, dann bin ich ja schon immer so, krass, you did that. Das ist doch der Hammer. Du hast das gemacht, du bist da jetzt hingegangen, hast das gehasst und hast dann gedacht, du warst irgendwie, keine Ahnung, nicht gut oder was auch immer, was wahrscheinlich gar nicht stimmt, sondern nur in deinem Kopf stürmt. Like, let's be honest. Nein, warum nicht? Aber ich verstehe es voll. Also klar, ich bin keine Moderatorin und vielleicht, also ich deute jetzt... Aber stopp mal, aber du moderierst, erstens moderierst du hier voll gut einen Podcast, so, du bist eine richtig gute Gastgeberin, das ist das eine. Es geht besser. Wirklich. Yo, okay. Ja. Listen, das ist doch völlig egal, aber du machst den und du machst den gut und du machst den vor allen Dingen gut genug. Oh, ich kann auch mit Komplimenten gar nicht umgehen, mir bin ich ganz übel. Nein, ich bin so jetzt... Das ist doch einfach an. Nein, nein, nein. Das Ding ist so, ich würde wirklich allen Leuten immer den Rat geben, kontextualisier das doch mal. Sieh mal ganz kurz dich in diesem Moment, in dieser Rolle, mit der Aufgabe, mit deinem Background, so. Vielleicht fange ich aber auch an, wie du, mich mal so richtig darauf vorzubereiten. Ja, ja, das könntest du. Also wochenlang. Nee, das ist auch übertrieben, muss sie ja nicht. Wie lang ist denn diese Laudatio-Mermelstein? Wahrscheinlich kurz, bestimmt fünf Sätze. Nein, aber versuch doch einfach nur das Schöne in dem Moment zu entdecken. Also das ist jetzt für mich zum Beispiel, wenn ich auf so eine Bühne gehe, ist das in der Zwischenzeit, also das habe ich mir jetzt wirklich so über die letzten, ich glaube, zwei, drei Jahre hat es aber, ne, so verhältnismäßig neue Entwicklung, dass ich irgendwo hingehe und sage, ich werde jetzt hier irgendwie so und so viele Stunden meines Lebens vor Menschen verbringen, I might as well have fun. So, ne, also so, ich versuche wirklich das Schöne in dem Moment dann zu sehen und zu finden, so. und dann ist das Schöne bei einer Laudatio vielleicht, irgendwo hinzugehen und schöne Dinge über jemanden sagen zu können, zu denen man im besten Fall irgendeine persönliche Bindung hat und für die man sich dann in dem Moment freut und für die man das in dem Moment schön machen möchte. Und das ist so das, was ich versuche, ich so, was ist das Schöne in diesem Moment und wie kann ich versuchen, genau diesen Moment zu genießen und dann den Moment perfekt zu machen, auch wenn meine Leistung es vielleicht nicht war, zumindest nach meinen eigenen Maßstäben, so. Ja. Bei den Maßstäben von allen anderen bestimmt schon. Okay. Ey, aber danke, das hilft mir tatsächlich wirklich und schon alleine einmal darüber nachzudenken, ja, ich bin halt keine Moderatorin und meine Leistung ist eben so, wie es von einer Nicht-Moderatorin dann auf einer Bühne ist und vielleicht auch so ein bisschen, ja, nicht mitleidig gegenüber zu haben, aber so eine Akzeptanz. It's okay. Bist halt nicht Profi auf dem Gebiet. Ja, ich glaube, du musst es nicht von dir verlangen. Ich glaube, der Self-Talk, also das, so wie wir mit uns selber reden, so würden wir nie mit unseren Freundinnen reden. Also weißt du, niemals. Natürlich nicht. Nee, aber so reden wir mit uns manchmal und da versuche ich gerade irgendwie hinzukommen und zu sagen, sag mal, stopp mal. Ich habe eine Studie gelesen, dass Mütter, die negativ über sich selbst sprechen oder sich im Spiegel angucken und negativ über ihren Körper sprechen, dass die Töchter das häufig übernehmen. Das war bei mir auf jeden Fall so. Meine Mama guckt sich immer im Spiegel an und schaut so ihre Zonen an, die ihr nicht gefallen und redet nicht so positiv über sich. Und ich glaube so, vielleicht habe ich das auch daher. Das ist voll spannend. Also das nur zu mal diesem Negative Self-Talk. Und ich glaube, dass man das in der Kindheit doch schon sehr stark dann irgendwie eingeprägt bekommt. Total. Also ich bin ja jetzt quasi an dem anderen Ende. Ich muss ja jetzt quasi gucken, wie ich mit meinen Kindern spreche. und tatsächlich sage ich da in letzter Zeit total oft, das habe ich voll gut gemacht. So, weißt du? Also wenn ich dann irgendwas gemacht habe, dann sage ich, das habe ich voll gut gemacht. Und dann sind meine Kinder manchmal so ein bisschen verunsichert und sagen so, ja, willst du das nicht angeben? Und ich so, nee, nee. Es ist, also ich bin ja deswegen nicht besser oder besser als die anderen. Darum geht es ja gar nicht. Sondern ich habe und das ist so wirklich, da bin ich voll stolz drauf, dass ich da dran jetzt gearbeitet habe. Ich sage, das habe ich richtig gut gemacht. Die Sache. Toll. Wie gesagt, es macht mich nicht zu einem besseren Menschen. Es macht mich nicht irgendwie zu einem wertvolleren Menschen. Ja. Aber so. Let's acknowledge. So, for what it's worth. For what it's worth. Das habe ich gut gemacht. So gut. Insofern, aber das ist, ja, das hat so lange gedauert, bis man da ankommt. Ja, glaube ich. Aber nochmal ganz kurz zu dir. Ist dir das jemals gespiegelt worden? Oder hattest du jemals so Situationen, wo du irgendwie so hart kritisiert wurdest für irgendwas, dass das diese Art von Self-Talk auch erklären würde? Oder dass du, ja? Schon. Also, ich meine, meine Mama will für mich nur das Beste. Aber Beispiel. Ich kam mit einer Eins-Minus nach Hause und dann war es sowieso nicht eine Eins. Und das war schon eigentlich immer sehr präsent. Ist es nicht gut genug? Und meine Mama will natürlich nur, dass ich damit auch mein Bestmögliches erreiche. Und vielleicht ist es auch eine sehr russische Erziehung, weil meine Eltern kommen aus Sibirien. Ich bin gerade so in Deutschland geboren und meine Eltern konnten auch noch kein Deutsch. Ich habe durch Fernsehen und Kindergarten dann Deutsch gelernt und ich hatte dann so ein rollendes R und ich wurde in der Grundschule dann gehänselt und ich habe so lange geübt, auch vor dem Spiel geübt, bis ich nicht mal irgendwie Russisch oder so gesagt habe, sondern Russisch. Also dieses rollende R abtrainiert. Und ich glaube, auch meine Eltern haben versucht, uns so gut wie möglich in Deutschland zu integrieren. Deswegen heiße ich nicht Nastja, wie meine Mutter mich eigentlich nennen wollte, sondern eben Stephanie und mein Bruder haben sie umbenennt von Danila auf Daniel. und es ist dann halt so, sei perfekt und so gut wie möglich und ja, biete halt keine Angriffsfläche und ich glaube, diese Stimme ist auch so ein bisschen in mir so, ich bin eigentlich so ein Fremdkörper hier, bewege mich so vertarnt, ich bin eigentlich gar nicht diese eine Person, für die ihr mich alle haltet. Jetzt kommt die Maske runter, oh mein Gott, ich bin unperfekt und schrecklich. Weißt du, diese Stimme und diese Einstellung trage ich in mir, die eigentlich super traurig ist und die ich auch versuche abzulegen, bei der ich, wenn ich rational darüber nachdenke, weiß, dass es absoluter Schwachsinn ist, aber es ist, als wäre ich einfach so programmiert. Ja, programmiert ist, glaube ich, auch in dem Zusammenhang wahrscheinlich echt das richtige Wort. Es ist interessant, weil auf eine bestimmte Art und Weise ist es ja, also haben wir ja fast exakt das Gleiche quasi durchgemacht. Außer, dass ich natürlich nicht noch eine schwarze Frau bin, also ich habe dann schon nochmal andere Privilegien. Genau, aber es ist so dieses irgendwo Ankommen und also, während es mir quasi nicht so recht gelingt, irgendwo direkt unsichtbar zu werden oder direkt mit der Masse mitschwimmen zu können, weil man dann doch irgendwie immer so in manchen Gegenden weniger als in anderen und so, aber grundsätzlich ist es ja immer dieses Ding so, wirklich Perfektionismus als Schutz. Ja. Ich habe das auch ganz krass, also Perfektionismus ist mein Schutz. Ich habe Freundinnen, bei denen ist es noch doller, aber bei denen geht es dann so manchmal fast in so eine Art Performance über, wo man auch so ist, wer bist du, was machst du da, so, ja, und warum, ist es nicht anstrengend, da wo du bist und was du da gerade veranstaltest, aber ich versuche, das wirklich abzulegen, ich versuche das abzulegen und ich versuche das vor allen Dingen anderen, also auch meinen Kindern vor allen Dingen mitzugeben, Henne, ihr könnt schon auch Messi sein, also so, ihr dürft auch ehrlicherweise einfach Durchschnitt sein, ihr dürft auch einfach Mittelmaß sein, das ist doch okay, also so, mach es, weil es dir Spaß macht, nicht weil du super da drin sein musst, aber, und da kommt dann halt vielleicht dann doch wieder so ein Ding von mir durch, ist, ihr müsst es wenigstens ernst nehmen, also so ernst nehmen müsst ihr es schon. Im Sinne von das Bewusstmachen, was ihr macht oder wie ernst nehmen? und schon auch sein Bestes geben, aber das ist dann auch okay, auch wenn das vielleicht nicht so gut ist, wie das Beste von jemand anderem, weil die haben dann da vielleicht ein Talent und dein Talent ist irgendwo anders, also gib schon dein Bestes, dass das, wenn das aber dann nicht das Allerbeste von allen ist, ist auch okay. also ich will ihnen glaube ich nicht so diese Vergleich dich mit anderen Mentalität aufdrücken. das nicht und ich will ihnen glaube ich auch und korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch interpretiere, aber so fast dieses, das ist ja schon fast was Existenzielles, also bei mir manchmal, dass ich wirklich denke, okay, ich verliere morgen Haus und Hof gefühlt, weil alle, weil ich einfach nicht gut genug war. und das will ich ihnen auf jeden Fall ersparen. Also das möchte ich auf jeden Fall nicht, dass sie das erfahren und spüren müssen so. Voll gut. Ja. Ja, ich finde es auch einfach wichtig, auch ein gutes Vorbild zu sein und voll schön, dass du jetzt für deine Kinder ein Vorbild sein kannst, das sie brauchen. Ich versuche es, herzlich rein, ich versuche es. No pressure. Aber die würden dir mit Sicherheit was anderes sagen. Die würden sagen, ach, diese Frau, ey, oh. Also, ja, aber es ist auch okay. Es muss ja so sein, ein bisschen. Ich frage mich gerade, wer waren deine Vorbilder? Weil damals gab es in Deutschland ja sehr wenig schwarze Personen, die in der Öffentlichkeit eben so eine Vorbildfunktion annehmen konnten. Hattest du damals Vorbilder? Ja, also, es gab ja durchaus schwarze Frauen, die irgendwie in der Öffentlichkeit standen. Es waren dann so, keine Ahnung, Arabella Kiesbauer oder so und ein paar andere, Milka oder so, auch aus dem Ina, Geraldine. Da gab es schon noch so ein paar, ne? Einige von denen sind so meine Peers, deshalb haben sie nicht unbedingt jetzt als Vorbilder getaugt, aber ich hatte natürlich schon amerikanische Vorbilder, aber keine deutschen. Und ich glaube, was natürlich auch immer der Fall ist und darüber habe ich mich auch mit einigen von denen schon mal ausgetauscht, ist, dass ich ja verhältnismäßig spät erst zum Fernsehen gekommen bin. Ich habe davor lange total viel Radio gemacht, also ich war eigentlich erst beim Radio. Das heißt, ich war schon einfach eine erwachsene, fertige Frau, als ich zum Fernsehen gegangen bin und konnte da deswegen nochmal anders auftreten als Frauen, die im Grunde genommen auf dem Bildschirm vor unser aller Augen erwachsen geworden sind. Was ja auch immer nochmal so eine Phase ist, wo man so verletzlich auch ist. Ich meine, du warst auch wahnsinnig jung, als plötzlich jeder dich kannte und das ist eigentlich so eine Phase, wo man sich gerade irgendwie findet und sucht und dass du das so plötzlich öffentlich machen musst, das ist ja schon irgendwie doll. Ich konnte das quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen und war dann einfach erwachsen und relativ sicher in dem, wer ich bin, was ich kann, was ich will und so, da auftauchen. Und dann fand ich das immer so witzig, als ich dann zum Musikfernsehen kam und mir meine Redakteure dann immer gesagt haben, ja, das war gut, so perfekt war das und ich war halt so wie jetzt und das ist jetzt ein Problem, so, ja, es war so, es war so, oder ich so, ja, also, ja, aber was, also, wo ist das eine Kritik gerade, also das wurde mir dann tatsächlich als Kritik formuliert, aber ich kam halt vom Radio und dann, weißt du so, und dann habe ich halt gelernt gehabt, gerade auszusprechen, so, und dann meinte ich, aber sorry, das ist halt, das ist so, ich bin halt perfekt, was willst du? Was soll ich jetzt machen? Nein, aber das war so komisch, dass mir das dann plötzlich als Kritik ausgelegt wurde und ich fand's auch, ich hab's auch nicht angenommen, also ich hab's auch nicht quasi auf mir sitzen lassen, weil ich war auch so, stopp, das ist einfach, ich rede halt einen Satz und ich weiß, wie ich den anfange und ich weiß, wie ich den beende und das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, nur weil das eure Idee quasi ist von dem, was eine junge, ähm, coole, schwarze, hippe Frau irgendwie zu machen hat. Ich komm doch nicht in meine Sendung und stopp viel durch die Gegend wie Bambi, weil ich bin halt nicht Bambi, so, was soll denn das? Hammer. Und dann musste ich, also dann musste ich schon echt aktiv dagegen arbeiten, mich dann irgendwie nicht da in dieses Dings so reindrängen zu lassen, sondern so, ja, ich fang an zu sprechen, ich weiß, wie man moderiert, das hab ich irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, wie viele Jahre lang live im Radio gemacht, so, ich weiß schon, was ich sagen möchte, lass mich doch einfach, so. Und das ist dann schon auch in Ordnung und da musste ich mich, glaube ich, schon so behaupten und das kann man natürlich, da kann man dann ein bisschen besser bei sich sein, wenn man schon ein bisschen älter ist, glaube ich, wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich mich davon total beeindrucken lassen, hätte irgendwie, keine Ahnung, angefangen da irgendwelche Sachen zu machen, die auch gar nicht echt gewesen wären für mich und deshalb, glaube ich, war es für mich dieser große Vorteil, nicht mehr ganz so jung gewesen zu sein, als ich zum Fernsehen kam und trotzdem, und trotzdem fand ich diese Erfahrung crazy. also so verrückt einfach, völlig verrückt und überfordernd und irgendwie viel und doll und so und ja, und dann eben da eben auch zu sein als schwarze Frau war, glaube ich, auch nicht, ich möchte nicht sagen, nicht so einfach, weil it is what it is, so. Aber was schön war, war, dass mir relativ schnell, sehr, sehr schnell von anderen schwarzen Menschen gespiegelt wurde, okay, dich mögen wir, so, so, you, you will like, so. Und das war einfach krass von der eigenen Community, von der eigenen Gruppe so umarmt zu werden und das waren tatsächlich auch die ersten Menschen, die mich sofort auf der Straße erkannt haben, also innerhalb von ein paar Wochen, weil ich meine, MTV war jetzt damals auch nicht so riesig, aber es gab so eine ganz klare, eine ganz klare Reihenfolge von Menschen, wie Menschen mich erkannt haben und das ist bis heute so. Auf der Straße, meinst du? Zuerst haben mich alle schwarzen Menschen erkannt, also wirklich, literally, wo ich hingegangen bin, waren so, du bist doch nie von MTV, also süß, so. Die zweite Gruppe von Menschen, die mich sofort erkannt hat, war, war andere Migras, die haben mich auch sofort auf der Straße erkannt, so, ey, ich hab dich gestern gesehen, das bist doch du und dann erst kam so die dritte Gruppe und es waren quasi weiße Deutsche, die haben mich erst ganz am Schluss erkannt, also das hat eine ganze Weile gedauert, dann war ich dann, glaube ich, auch erst bei ProSieben und so, dann erst haben die mich erkannt, das war ganz interessant. Ja, irgendwie finde ich das aber auch komisch, ich weiß nicht wieso, das löst mir irgendwie was Komisches in mir aus, was meinst du, wieso das in so einer bestimmten Reihenfolge passiert ist? Also ich will da nicht so viel reininterpretieren, weil ich jetzt auch nicht so sagen möchte, für die sehen alle Schwarzen gleich aus, aber das ist es gar nicht, sondern ich glaube tatsächlich, dass es ein anderes Bedürfnis gab, mich zu sehen. Vorbilder sind wichtig. und ich glaube, das größte Bedürfnis, mich zu sehen und auch zu erkennen, so, gab es so bei meinen Geschwistern, so bei anderen schwarzen Menschen, die gesagt haben, okay, cool, yes, damit können wir uns identifizieren, das ist wichtig für uns, vielleicht auch die Tatsache, dass ich da, eben nicht diesem von mir gewünschten Klischee sofort entsprochen habe, sondern da bei mir geblieben bin und gesagt habe, nein, nein, ich will hier schon MC sein, so, also ich will dann schon bei TRL Master of Ceremony sein, keine Ahnung, ich will die Nummer im Griff haben und ich will mich da nicht so dem Ganzen aussetzen, das ist natürlich auch mein Kontrolletti, natürlich auch mein Perfektionismus, ich will schon hier in charge sein, das allergeilste war, dass irgendwann mal einer zu mir kam und meinte, der hundertprozentigen Überzeugung war, dass wir mal zusammen bei Footlocker gearbeitet hätten, also das fand ich dann auch total schön, weil er so meinte, nein, nein, weißt du nicht mehr, wir haben doch mal zusammen bei Footlocker gearbeitet, ich habe noch nie da gearbeitet, aber Bruderschatz, ja, wir kennen uns von da, ich habe ihn bis heute einfach in den Glauben gelassen, dass wir zusammen bei Footlocker gearbeitet hätten, obwohl das der so nach Hause geht, das fand ich total schön. Verstehe ich, das ist dann so eine White Lie eigentlich. Eigentlich schon, das ist noch nicht mal eine Lüge. Das ist noch nicht mal eine Lüge, nee, das ist keine Lüge, Du hast recht. Du warst ja mit 16, 17 in den USA für so ein Austauschjahr, was meinst du, was hat das mit deiner Wahrnehmung von Deutschland und auch der Repräsentation in Deutschland so gemacht? Also ich hatte dieses Gefühl, untertauchen zu können, das erste Mal, als ich mit meiner Mutter und meinem jüngeren Bruder, da war ich so elf, zwölf oder so, das war glaube ich gleich nachdem der Krieg in Eritrea vorbei war, hat meine Mutter uns mitgenommen, weil wir die Kleinsten waren und die kaum Erinnerungen, gar keine Erinnerungen eigentlich wirklich hatten, hat meine Mutter uns mitgenommen nach Eritrea und da war das erste Mal, dass wir nicht aufgefallen sind. So, das war crazy. Also das ist einfach tatsächlich, das gibt es jetzt in Berlin natürlich auch, dass da sich keiner umdreht, aber es gibt halt einfach oft genug diese Momente, wo ich weiß, ich bin die einzige schwarze Person irgendwo. Und da hatte ich das das erste Mal nicht und ich glaube, das war ganz wichtig, dass ich das so jung mal hatte, weil es war quasi zeitgleich, wie ins Gymnasium kommen, wo man ja immer so krass rausgestochen ist und da war es wahnsinnig wichtig, einmal diese Anonymität zu haben, so, nicht sofort identifizierbar zu sein. Und das hatte ich dann nochmal über einen längeren Zeitraum in den USA. Ja. So, weil in Eritrea war ich dann irgendwie ein paar Wochen am Stück vielleicht, aber da war ich ja so ein halbes Jahr. Und da war ich an der Schule und da war ich so eine von vielen. Und das war mega. Das war so gut, so schön, war so Healing auch irgendwie. Also so wie du quasi Deutsch gelernt hast, so habe ich Englisch gelernt. Also so, ich bin, ich konnte schon Englisch, weil ich das ja in der Schule gelernt hatte, aber ich kam so in die USA so vier, fünf Wochen bevor die Schule angefangen hat und war da relativ viel alleine tagsüber und habe halt ferngeguckt und habe dann, war eh erst mal so krass und einfach, haben wir gesagt, das Unterhaltungsfernsehen, Daytime, Television, das war crazy für mich. Dann die ganzen, so viele schwarze Menschen im Fernsehen zu sehen, war wirklich verrückt. Das war so ungewohnt und ich glaube, so habe ich halt Englisch gelernt. Und da habe ich tatsächlich, glaube ich, auch wirklich eine Prägung mitbekommen, die mich für den Rest meines Lebens irgendwie verändert hat, ehrlicherweise. Also so dieses, so schwarze Professionals sehen, die mit einer ganz, mit einer Natürlichkeit und Normalität ihren Job machen. Das haben wir in Deutschland jetzt erst so. und klar schon vereinzelt, aber dass es jetzt Netzwerke gibt für schwarze AkademikerInnen und solche Sachen. Also das ist so, das ist so toll und so schön und ja, das ist die richtige Richtung. Und das ist ein Moment, den ich eben quasi so als Teenager in den USA irgendwie erlebt habe. Voll schön. Ja. Also danke an deinen Austausch, das hat dich auf jeden Fall geprägt. Danke an Sierra, Sierra Washington. Wir sind ja in Jobs, die ziemlich, ja, ich sage mal, wettbewerbsgetrieben sind. Also wir haben immer Konkurrenz und es wird immer entschieden, oh ja, die ist besser, die ist besser. Denkst du, das treibt deinen Perfektionismus auch nochmal voran? Also ist der durch den Job dann nochmal viel stärker geworden? Ja, safe. Also ich war eher natürlich. Also das ist aber, wie gesagt, also das ist aber noch nicht mal was, was ich mir selber übel nehme, sondern eher so ein bisschen dem System, in dem wir uns bewegen. Und ich versuche halt immer ganz krass, mich auch da von dem Konkurrenzgedanken zu lösen. Das ist halt das, was ich meine. Zu sagen, ich mache eine Sache gut, so gut ich sie kann. Ob es noch irgendjemanden gibt, der sie noch besser macht, das ist nichts, was ich steuern könnte. Weißt du, was ich meine? Das ist was, wo ich ganz, ganz krass versuche, meinen Perfektionismus gar nicht in eine Art von Konkurrenzdenken umschwenken zu lassen, sondern zu sagen, es gibt, und das kennst du bei Frauen, mit Sicherheit nochmal doller bei schwarzen Frauen, weil es ja von uns quasi noch weniger gibt und noch weniger Raum für uns gibt, gefühlt. Und davon wirklich versuche ich mich so krass, es ist eine ganz bewusste Entscheidung, nicht beeindrucken zu lassen und nicht so dieses Scarcity-Mentality. Also uns Frauen wird oft gesagt, es gibt nur Platz für eine. Ja, es kann nur eine geben. So, genau. Und das stimmt natürlich nicht. Das stimmt nicht, weil wenn du dir anguckst, wie viele gleiche Männer sozusagen es in anderen Bereichen gibt, wo du wirklich ja Schwierigkeiten hast, die auseinanderzuhalten, weil sie nicht nur in ihrem Aussehen, sondern gefühlt auch irgendwie in ihrem Alter und ihrer Ansprechhaltung und so weiter und so fort komplett gleich und austauschbar sind. Ich sage, aber für die gilt es dann nicht, oder was? Aber für uns gilt es so. Und das ist so diese Mentalität, mit der wir quasi ja fast gegeneinander ausgespielt werden sollen. und dem verweigere ich mich einfach. Ich versuche, die Sachen, die ich mache, so gut zu machen, wie ich sie kann. Das hat aber dann nichts mit irgendjemand anderem zu tun. Und das ist so das, was ich sage. Aber natürlich, natürlich hat es auch oder spielt es dann auch so irgendwie mit rein, dass du sagst so, na, wenn ich das jetzt richtig gut mache, dann ist die Tatsache oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich dafür nochmal gebucht werde, die ist dann vielleicht irgendwie höher so. Obviously. Aber wie gesagt, ich versuche es nicht auf andere zu beziehen, sondern nur auf mich. Und mir auch immer zu sagen, nein, es gibt genug für uns alle. Du hast recht. Und das ist halt so, klar, deswegen, ja, spielt eine Rolle, aber wir dürfen nicht zu sehr gucken, was andere machen, sondern wirklich versuchen, einfach bei uns zu bleiben. Also das ist, was ich versuche und das ist total schwer und deshalb es ist immer, es ist eine bewusste Entscheidung, jedes Mal aufs Neue. Nein, ich tappe nicht in diese Falle. Ich werde es nicht machen. Ich merke, es ist bei mir sehr stark abhängig von meinem eigenen Selbstwert, wie ich ihn gerade verspüre, ob ich diesen Wettbewerbsdruck auch spüre. Jetzt beispielsweise bei Germany's Next Top Models hat sich voll bei mir eingebrannt, dass ich mich vollkommen geweigert habe, die anderen dort vor Ort meine Konkurrentinnen zu nennen, weil das für mich einfach keine Konkurrentinnen waren, so die Beste oder die Person, die gewinnen soll, die gewinnt halt und wir sind alle viel zu unterschiedlich, um zu sagen, ich bin die Beste, woran sollen wir das messen? Aber dann, als es richtig anfing mit dem Model-Leben und ich bei Castings war und die Mädchen halt, oder ja, eigentlich doch Mädchen, weil alles sehr junge Frauen waren, super schlank waren und dann habe ich mich immer selbst angeguckt, habe die Jobs nicht bekommen, dann war ich so, ja, ich bin halt zu fett und dann habe ich angefangen, mich zu vergleichen und dann schon auch andere als Konkurrentinnen wahrzunehmen, weil der Job halt extrem so ausgelegt ist und da kam der Perfektionismus dann so stark rein, dass ich so war und hier ist noch zu viel und da ist noch zu viel und hier diese eine Gesichtshälfte ist unsymmetrisch und das und das und das und dann wirst du einfach nur verrückt. Oh, das ist so fisch. Das ist so eklig. Also ich glaube, man muss so ein starkes Selbstbewusstsein haben, um dann nicht in diese Tappe zu fallen. In diese Tappe zu fallen? In diese Tappe zu fallen, ja. In diese Tappe zu fallen, genau. In diese Tappe zu fallen, habe ich jetzt das vorhin auch fast gesagt. Okay, in die Falle zu tappen. In die Falle zu tappen. Ja, aber das ist doch normal. Also das ist halt so, weißt du, ich meine, das ist auch so fies, ne, weil manchmal hat man so das Gefühl, man kann an seiner Leistung beurteilt werden. Also weißt du, so keine Ahnung, wie schnell laufe ich dies und das? So, keine Ahnung, ob das irgendwie ein Vergleich ist, aber wie gut war die und die Präsentation, wie gut war dies und jenes und so weiter und so fort. Und dann hat man immer so das Gefühl, bestimmte Sachen sind messbar. Und gleichzeitig ist es aber natürlich in dem, was du machst, wird es dann an diesen Äußerlichkeiten messbar. Ja. Und ist es dann so, muss ich diese Äußerlichkeiten verändern, um messbarer oder messbar perfekter zu sein. Ja. Und das finde ich halt so krass, wenn dieser Moment, der gemessen wird, mit deiner Person, dem, wie du aussiehst, wie du bist, wie du dich präsentierst und so, wenn es damit zusammenhängt und das ist ja in meinem Job auch so ein bisschen so und nicht mit der Arbeit gefühlt an sich. so, es fällt so schwer, das voneinander zu trennen. Ja. Und das finde ich so hart, ehrlicherweise, an unserem Job, dass man immer das Gefühl bekommt, es hat mit mir ganz persönlich zu tun. Ja. Und nicht nur mit meiner Arbeit, weißt du? Voll. Weil meine Arbeit irgendwie ist ich. Bin ich. Ja. Voll. Hast du eigentlich Angst, irrelevant zu werden? Oh, das ist eine gute Frage. Habe ich Angst? Ja, irgendwie schon. Ich auch. Bestimmt sogar. Aber das war auch so eine Sache, die ich lernen muss und gerade lerne. Und die hat aber, das ist so ein Prozess, der geht schon eine Weile, weil ich, als ich Mutter wurde, dann schon natürlich mich irgendwie final von so einem Image gefühlt verabschiedet habe. Also so die junge, coole, hippe, weißt du, so Popkultur. Weil du Mama bist? Ja, gefühlt. Ja, das war so eine innere Veränderung irgendwie. Ich habe auch, glaube ich, ein paar Jahre gehabt, wo ich gedacht habe, ich kann nichts damit anfangen. Was natürlich total normal ist, weil ich ja ganz krasse Lebensveränderungen irgendwie durchgemacht habe. Aber ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mehr für bestimmte Sachen stehen. Und die, da werde ich ersetzt irgendwie. durch jüngere, ungebundene Menschen und so weiter und so fort, die vielleicht mehr in Tune sind. Und da einen Moment oder einen Ort oder einen Platz für mich zu finden, an dem ich auch gut altern kann, da bin ich gerade dabei. Weil du willst ja nicht immer die alte Hand nicht bleiben. Es ist ja klar, dass du dich veränderst. Also auch bei mir ist das so, dass ich merke, ich werde auf bestimmten Arten irrelevanter, weil damals auf Social Media, damals in den guten alten Zeiten, aber es ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her, hatte ich viel mehr Aufmerksamkeit einfach auf Social Media und viel mehr Likes, viel mehr Views, all das. Und ich merke, das nimmt auf jeden Fall schon ab. Und das löst in mir sehr oft diesen Stress aus. Oh mein Gott, ich werde irrelevant. Ich bekomme richtig Schiss. Und mein bester Freund, der ist super viel auf Social Media, der sagt immer so, Steffi, du musst wieder deinen alten Content machen. Wir brauchen Selfies, wir brauchen Bikini-Foodies, wir müssen das, wir müssen das. Du musst deine Community wieder aufwecken. Und einerseits denke ich so, ja, ich will wieder damit anfangen. Aber andererseits bin ich so, nee, ich entwickle mich halt auch weiter. Und ich will halt dann auch nicht die alte Steffi bleiben, weil ich bin jetzt auch jetzt die aktuelle Steffi und werde auch erwachsen. Und ja, irgendwie so krampfhaft daran festzuhalten, wer man mal war und wie man mal gewirkt hat, fühlt sich auch falsch an. Ich glaube, das muss man dann so ownen irgendwie und dann auch so sich so klar machen, ja, okay, ja, es gibt so und so viele andere Moderatorinnen, eventuell auch schwarze Moderatorinnen, so, weißt du, die nach mir gekommen sind und machen die mich jetzt deswegen irrelevant? Nein, weil natürlich bleibt ja mein Kanon irgendwie, also mein Katalog bleibt ja, mein Arbeitskatalog bleibt ja und ich entwickle mich. Und gleichzeitig aber müssen wir halt echt so gucken, dass wir da nicht in so einem, ja, wir sind halt in einer Gesellschaft, die so krass immer auf das Neue und das Junge sich so fokussiert und da dann echt so tief ein- und auszuhalten und zu sagen, it's okay, ich bin genug, ich mach das gut, weil ich denke auch so, hey, mein Perfektionismus sei Dank, bin ich auch echt gut da drin so. Also lass mich doch, das ist doch noch eine Weile machen. Voll. Jetzt mal ein bisschen weiter an den Haaren herbeigezogen, aber wir sind beide Jungfrauen. Oh. Und du meinst? Bist du eine September- oder eine August-Jungfrau? August, 27. August. Und du bist September? Smack Middle, ja. Ja, okay. Meine Mama ist auch September. Und die ist nämlich auch Jungfrau und die ist halt auch so starke Perfektionistin. Ja. Denkst du, Perfektionismus hat auch so ein bisschen was mit dem Sternzeichen zu tun? Ey, ich habe ja wirklich jetzt stark versucht, es nicht in diese Richtung zu schieben, weil ich mir ja selber immer sagen möchte, ich glaube, der nicht dran. So, Astrologie ist nicht meins. Und gleichzeitig hat zum Beispiel mein Social-Media-Algorithmus, mein Instagram-Algorithmus, hat zum Beispiel schon gecheckt, so, oh ja, guck mal, die hat hier so ein paar Virgo-Videos geliked und die hat ihrer einen Freundin schon so ein paar Wassermann-Videos weitergeschickt und so. Ja, also ich bin auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht Textbook-Virgo, also so richtig Vorbild und in vielerlei Hinsicht nicht. Wie zum Beispiel ordentlich sein. Bei mir ja auch. Aber es gibt irgendwas, was du total ordentlich machst. Irgendwas gibt es, wo du ganz kleinlich darauf achtest, dass es genau so gemacht wird, dass du ein bisschen so dogmatisch bist. Ich habe das auf jeden Fall. Same. Same. Aber ich kann dir zum Beispiel sagen, ich habe auch noch so einen richtigen Spleen, dass zum Beispiel bei mir bestimmte Sachen im Haushalt nur auf die oder jene Art und Weise gemacht werden dürfen. Oh Gott. Geschirrspülmaschine und mein Besteck. Mein Besteck und Wäsche waschen. Girl. Wäsche waschen und noch weiter, Wäsche aufhängen. Wäsche aufhängen. Nee, ich habe einen Trockner. Nee, ich schmeiße ja nicht alles in den Trockner. Ich schmeiße schon. Nee, ich bin so, dafür habe ich zu viel bezahlt. Das kommt nicht hin, weil das pilzt doch so von der Ahnung. Okay, doch, bei den teuren Sachen stimmt, die hänge ich dann auch auf. Du hast recht. Siehst du. Und diese Sachen, die werden auf eine bestimmte Art und Weise aufgehängt. Und ich kriege richtig so ein nervöses Augenzucken, wenn ich dann mal irgendwann an diesem Wäscheständer in unserer Kammer vorbeilaufe und denke, oh Gott, das ist so ganz schlimm für mich. Und da bin ich so richtig, da bin ich, da ist Virgo wirklich, hat da komplett übernommen. Spannend. Ich frage mich, erwartest du von deiner Familie auch eben, dass sie so perfektionistisch sind? Dass sie dann doch diese Dinge, die du perfekt machen willst, auch perfekt machen sollen? Ja, das ist ja so ein Zahn, der einem recht schnell gezogen wird, vor allen Dingen mit Kindern, weil Kinder sind so messy. Also, ich will das jetzt nicht für alle Kinder sagen, aber meine Kinder sind schon echt messy. Zu Recht, weil sie Kinder sind. Aber ich finde, das ist so, glaube ich, das war wirklich auch meine erste Lektion, um mich da in Sachen Perfektionismus auch wirklich so ein bisschen zurechtzurücken, weil wir gehen in dem Versuch, mit Kindern alles perfekt zu machen, glaube ich, unter. Und das hätte mich total unglücklich gemacht, weil ich da ständig mit einem Maßstab konfrontiert gewesen wäre, mit einer Idee von mir selber, von meinem Familienleben, die mich so viel gekostet hätte, hauptsächlich irgendwie Nerven und Freude im Leben, dass ich ehrlich gesagt habe, ich kann das nicht, ich kriege das gar nicht hin, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, alle Kuchen selber zu machen, ich schaffe das nicht, die perfekte Mutter zu sein, die irgendwie zu jedem, also, ich bin schon bei sehr, sehr vielen Sachen mit dabei, weil ich glaube, dass ich mir das erarbeitet habe, bestimmte Sachen nicht anzunehmen, wenn Ferien sind, so, ne? Aber grundsätzlich schaffe ich es nicht, irgendwie so diese, diejenige zu sein, die eben alles perfekt macht, weißt du? Meine, ja, ich schaffe das nicht und meine Kinder schaffen das auch nicht, so, wir schaffen das nicht, als Familie perfekt zu sein und es muss okay sein, ähm, weil ich eben, glaube ich, schon relativ bewusst damit umgegangen bin, dass ich eben meinen Kindern nicht, äh, dieses, dieses Ding mitgeben möchte, dass sie sich immer krass anstrengen müssen, dass sie immer besser sein müssen als die anderen, dass sie immer dieses und jenes schaffen, weil es ist anstrengend, es macht so viel mit einem, es ist anstrengend und ich will ehrlicherweise nicht, dass sie das, dass sie das, ähm, dass sie das machen, weil das Leben ist eh schon anstrengend genug, sage ich immer, so, es ist eh schon, es ist so, ey, wir versuchen hier gerade alle unser Bestes so, ähm, das dann auch noch, dabei dann auch noch perfekt zu sein, ich bin froh, wenn wir morgens alle aufgewacht sind und abends alle ins Bett gekommen sind und uns ins Gesicht gucken können und uns immer noch lieben, so, das ist doch schon mal was. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ja, safe, safe und, ähm, hey, hat heute nicht gereicht, ich sage dann auch mal, hey, heute hat es nicht gereicht, ist okay. Du klingst gerade wie so ein Juror. Ist so. Heute hat es nicht gereicht. ist so. Wir beurteilen dann einfach den Tag und dann, keine Ahnung, nach dem Training und dann war das nicht gut und mir hat keiner gepasst und, ja, ey, heute war es so, morgen ist es anders. Weißt du, was ich meine so, aber heute war es so. Das ist so, beim Yoga sage ich mir das immer. So ist es jetzt gerade. Hast du irgendwelche Tools, Werkzeuge, die dir helfen, gelassener zu sein? Liebe Stefanie Giesinger, jetzt ist der Moment zu sagen, dass ich früher immer so richtig, richtig, ähm, ich möchte sagen spöttisch auf diese Frauen geguckt habe, die mir dann irgendwas erzählt haben, nicht mehr beim Yoga. Ich habe ein paar Freundinnen, ich habe zwei Freundinnen, die bis heute mir das ein bisschen übel nehmen, dass ich früher so diese Judge Judy quasi war, die dann gesagt hat, nee, Yoga gib mir so viel, nee, 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 weißt du, die gucken mich jetzt so ganz diffusant an so und sagen, ja, willkommen auf unserer Seite, weißt du, so willkommen bei uns hier im Awareness-Keller, weiß auch immer. Aber, ja, ich mache total viel Sport und ich mache total viel Yoga, ehrlich, also mache ich und es gibt mir total viel und es ist immer, ein Tag, an dem ich Yoga gemacht habe, ist immer ein guter Tag, ist echt so. Voll gut. Weil dieser Moment von, so ist es jetzt gerade, das ist so, das ist so gut. Ach, es ist eine Humbleness beim Laufen, manchmal läuft es voll gut, heute hat es nicht gereicht. Weißt du, heute hat es einfach nicht gereicht. Und das sage ich dann auch zum Beispiel, das thematisieren wir dann auch bei uns zu Hause, ich thematisiere das mit meinen Kindern, dass ich sage, ey, heute bin ich gelaufen und weißt du, ich war viel langsamer als gestern und ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Und dann sagen die so, heute war es einfach nicht, heute war es einfach so, heute hat es einfach nicht gereicht. Und das ist dann so. Und dann gucken wir uns an und sagen, ja, morgen versuchen wir es nochmal und dann wird es besser. Vielleicht auch nicht und so ist es dann. Das Gegenteil von Perfektionismus ist ja eigentlich wirklich Selbstakzeptanz. Also das zu akzeptieren, wer man gerade ist, wie viel man gerade leistet beziehungsweise es gar nicht so richtig als Leistung wahrnimmt, sondern einfach als das eigene Sein. Und ich habe mich auch gefragt, ob ich so ganz natürlich schon Werkzeuge sozusagen mir angeeignet habe, um mich mehr zu akzeptieren. Und für mich ist es tatsächlich auch der Sport, weil ich mich auch nicht mehr so richtig damit messen möchte, weil ich messe gar nicht mehr, wie lange und wie schnell ich laufe, sondern für mich ist einfach nur so, der Moment, was es mir gerade gibt, ist viel wichtiger, als was ich in Anführungszeichen leiste. Und auch das Journalen, also so richtig so runterschreiben, ohne Ziel, hat mir auch geholfen, mich zu akzeptieren und mich einfach so anzunehmen. So was kommt gerade aus mir raus, was will gerade aus mir rauskommen und alles ist okay und alles, was da jetzt steht, ist auch vollkommen okay. und eben auch so diese, in Anführungszeichen, spirituelleren Sachen, wie jetzt Breathwork, also Atemübungen oder Eisbaden oder Yoga, das hat mir auch echt geholfen, mich selbst zu akzeptieren. Also ich glaube, desto älter ich werde, komme ich auch in eine Art Balance, weil ich mich selbst auch mehr verstehe. Voll schön. Ich habe mir gerade zugehört und habe gerade gemerkt, dass ich eine recht elende Lügnerin bin. Das aber auch daran liegt, dass ich versuche, ich habe ein Ziel und darauf arbeite ich gerade zu. Ich will irgendwie einen Halbmarathon laufen und will den in einer bestimmten Zeit laufen und genau und habe da so ein Ziel für mich vor Augen. Deshalb ist es gelogen, dass ich quasi Running zumindest gerade nur mache, um mich im Lauf zu verlieren. Ich sage auch immer, ich bin in it for the Entwicklung. Ja. Also weißt du, auch ein bisschen, um zu sehen, so okay, ich, da passiert was und ich stecke was rein und bringe da eine gewisse Regelmäßigkeit rein und solange die Overall-Entwicklung irgendwie eine ist, die mir Freude bereitet und die mich dem, wo ich hin möchte, auch ein bisschen näher bringt. Aber ganz grundsätzlich, ja, kann ich diesen Leistungsgedanken nicht ganz ablösen. Das gelingt mir tatsächlich nur beim Yoga, weil du dann eben die Praxis mit jemandem machst, der dann sagt, it's okay. dass die, die eben eine Person, die dich da auch quasi immer wieder dran erinnert und sagt, wenn du da jetzt nicht hinkommst, dann will dein Körper das heute nicht und dann ist das in Ordnung und das ist eben ja tatsächlich gerade in dem Zusammenhang viel entscheidender, als kriege ich die Pose irgendwie so und so hin, weil ich dann auch gemerkt habe, dann geht es oft besser und dann geht es einfacher und entspannter und smoother irgendwie in die und die Pose, was auch immer. Ja. Wann war denn der letzte Moment, wo du so richtig zufrieden warst oder ein Moment, an den du dich erinnern kannst? Hm, so richtig zufrieden mit dir selbst? Das weiß ich noch ganz genau, das war ein Tag im Urlaub, im Sommerurlaub und da waren wir, haben wir Körper geübt, alle zusammen, also ich habe auch geübt, aber hauptsächlich haben meine Kinder geübt und mein Mann hatte ihnen so eine Art Seemannskörper gezeigt, der ist so ohne Hände und ich bin bei dem Versuch, diesen Seemannskörper zu machen, richtig auf dem Gesicht gelandet, hat man davon und das war so lustig, dass wir da alle drüber gelacht haben, weil dann noch diverse andere Familienmitglieder auch auf dem Gesicht gelandet sind und es war einfach so ein Moment, wo wir so, so, so viel über uns selber lachen konnten und keiner die Situation oder diesen Moment, also das so ernst genommen hat, sondern es war einfach cool, dass wir da waren und irgendwie ins Meer springen konnten und dann so, ja, Seemannskörper geübt haben, die nichts geworden sind, sondern wo wir einfach face forward sozusagen auf dem Wasser angekommen sind. Und da warst du zufrieden? Da war ich richtig zufrieden. Schön. Super, weil wir einfach so viel gelacht haben, es war ein richtig guter Moment, ja. Kannst du aber irgendwie auch eine Schönheit im Unperfekten erkennen? Ja, 100 Prozent. Total. Voll. Stell dir mal vor, alle würden perfekt aussehen, wie langweilig wäre das? Also was heißt perfekt schon? Was heißt eigentlich perfekt? Das ist eh das Ding, wo ich dann immer sage, allen, die so mit ihrem eigenen Perfektionismus strugglen, ist ja immer die Frage, was ist denn perfekt für dich? So. Und ich habe zum Beispiel auch, um nochmal so auf eine Situation zu kommen, die uns vielleicht öfter begegnen, ich habe mal irgendwie die Eröffnung des Reeperbahn-Festivals moderiert und da ist was richtig schief gegangen, also so richtig doll. Da waren die Konfetti-Kanonen, die auf die Bühne gerichtet sein sollten, die sind ins Publikum losgegangen und dann hingen die Konfetti-Schlangen komplett von der ganzen Beleuchtung runter. Und zwar so, dass wir die nicht mehr runterbekommen haben. Und das, wir mussten die Show pausieren, wir mussten da einmal kurz abbrechen, haben dann irgendwie versucht, das so quasi von den Scheinwerfern runterzubekommen. Aber es ging nicht. Das ist ins Publikum geflogen, das ganze Publikum war voll, alle Scheinwerfer, komplett alles war voll und es hat uns ein bisschen das Licht ruiniert. Das war dann so dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um, mit dieser Unperfektheit dieser Show? Und dann habe ich irgendwie gelernt, immer das Beste ist einfach zu embracen und dann zu sagen, das ist es jetzt, gerade. Und damit arbeiten wir jetzt und dann ist gut und dann war es trotzdem lustig, weil alle hinterherkamen und sagten, wie lustig bitte war das mit diesem Konfetti-Kanon, wie witzig war das. Und so sind mir in der Zwischenzeit schon ganz krass viele Sachen passiert, von denen ich gemerkt habe, dass sie ganz oft im Kopf bleiben. Es sind immer die messy, unperfekten Momente, an die sich Menschen erinnern. und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die mich total zufrieden macht und die mir so voll Ruhe und Sicherheit gibt und die mich dann auch erkennen lässt, ja, das war ein guter Moment. Das war ein wirklich guter Moment. Und dann ist es halt auch cool. Es ist halt immer das, was man daraus macht. Also ich habe dich ja auch schon moderieren gesehen, jetzt bei Vogue Forces of Fashion, war jetzt zuletzt. Und da sind einige Dinge auf der Bühne passiert, die halt spontan passieren. Jemand verspricht sich, jemand verschluckt sich, jemand hört nicht, was du gerade gesagt hast. Und du kannst damit dann in dieser unperfekten Situation so lustig umgehen und sie so, ja, schon fast unterhaltsam darstellen, dass das zu einem richtig tollen, perfekten Moment wird. Also aus dem Unperfekten wird dann sowas vermeintlich Perfektes, was einfach Spaß macht zuzusehen. Also es ist eigentlich immer das, was man daraus macht. Genau. Und das hat mir, glaube ich, irgendwann den Druck total genommen. Ich war so, was auch immer passiert, ich muss es einfach nur embracen. Das ist, wo wir sind. Und damit müssen wir arbeiten. Und dann ist es in Ordnung. Weil wir sind jetzt, wir sind alle in dieser Situation so. Und solange es was ist, was man schön und lustig irgendwie einbauen und integrieren kann, so gut, kann mir eigentlich fast nichts mehr passieren. Das gibt mir so eine ganz krasse Sicherheit, dass ich irgendwie denke, egal, was mir entgegengeworfen wird, irgendwie kann ich mich dazu verhalten in der Zwischenzeit. Und ich glaube, das ist okay. Es gibt auch die Lebensphilosophie Wabi-Sabi aus Japan. Und das bedeutet sozusagen, die Schönheit im Unperfekten zu sehen. Und auch, wie sie dort Töpfern, also die Keramik dort, da ist nichts perfekt. Und dieses perfekte Maschinelle, das hat auch wirklich einfach keinen Charakter. Ich finde, das bringt so viel weniger in das Leben. Denn schau dir mal die Natur an, die ist niemals perfekt, in Anführungszeichen. Also ich würde schon sagen, die Natur ist perfekt, so wie sie einfach ist, aber hat vermeintliche Unperfektheiten. Und das ist ja auch das Leben. Total. Ich hatte das neulich mit einem meiner Kinder ganz aufwendig ein Bild gemalt. Und beim Außenblockreißen ist das kaputt gegangen. Da war ein Riesenriss drin. Und dann war die Enttäuschung riesig. Und ich habe mir so viel Mühe gegeben. Und das war so und so und so und so. Und dann, ich musste gerade voll lachen, als du es gesagt hast. Das habe ich mich genau an diese Technik erinnert. Es gibt ja auch so quasi in der japanischen Tonkunst dieses Konzept von nicht nur Fehler bewusst einbauen, sondern Fehler auch noch highlighten. Dass wenn zum Beispiel eine Tasse einen Riss hat oder einen Sprung hat oder so oder eine Scherbe mal rausgefallen ist, dass man sie wieder klebt und die Klebestelle quasi irgendwie noch betont mit einem Goldrand oder mit dem man sie verziert. Und dann habe ich gesagt, ey, es gibt diese Technik, es gibt dieses Konzept aus Japan und dann macht man das mit Sprüngen in Tassen oder Schüsseln und so. Wollen wir das nicht auch mit deinem Bild machen? Dann haben wir das von hinten geklebt und haben einen goldenen Stift besorgt. Und dann hat mein Kind quasi diesen Riss noch mal deutlich nachgemalt. Und dann war das Teil des Kunstwerks. Und dann war, ja, da war ich auch so, embrace the imperfect. Ja, aber da musste ich gerade daran denken. Und ich habe gesagt, guck mal, und jetzt ist das einmalig. Jetzt kann das keiner, das kann man nicht nachmalen jetzt. Das kann man nicht machen. Den Riss kriegt man gar nicht noch mal so hin. Stell dir das mal vor. Ich will das, wie will man das denn machen? Ja, und so haben wir das gelöst. Genau, so haben wir das gelöst. Was würdest du der jungen Hartnett mitgeben, die gerade anfängt zu arbeiten in der Öffentlichkeit? Oh, ich würde, glaube ich, der jungen Hartnett mitgeben, bereite dich weiterhin gut vor. Weil das ist tatsächlich auch A und O deiner Arbeit. Gut vorbereitet sein ist niemals schlecht. Mach es aber aus dem Willen heraus, gut vorbereitet zu sein. Und nicht, weil du irgendwie Angst hast, dass jeder Fehler dir hinterher um die Ohren gehauen wird. So, das auch oft genug passiert. Und das wird wahrscheinlich auch passieren. Nein, aber was du dir dann auch immer wieder sagen musst, ist, dass die Härte der Kritik gar nichts mit dir zu tun hatte, sondern ganz viel mit den Menschen, die diese Kritik geäußert haben. Sehr wichtig. Hey, während du das sagst, da denke ich, glaube, die kleine Steffi, die junge Steffi, müsste auch genau das hören. Und ich glaube, von mir würde ich ja einfach nur ein Danke geben. Ich glaube, das würde schon am meisten bewirken, dass ich sage, danke, dass du so bist, wie du bist. Und das machst du alles schon richtig. Und ich glaube, von mir, von meiner älteren Version, das zu hören, würde mir schon Gewissheit geben, dass es schon gut genug ist, wie ich bin. Man nimmt die dann so in den Arm und sagt, hey, pass auf, we're gonna be fine. Oh, das macht mir voll sentimental. Ja, voll. Also, aber das ist tatsächlich so, ja, es ist auf jeden Fall doll, wenn man es quasi dann nochmal so mit seinen, mit seinen Kindern dann nochmal erlebt. Und dann ist man auch so, ich bin jetzt auch mit dafür verantwortlich, dass die, dass die nicht so werden und dass die ein bisschen, ja, they're gonna be fine. They're gonna be fine. Hast du vielleicht noch eine Buchempfehlung oder Serienempfehlung für uns? Ja, das habe ich. Und das ist eine Serienempfehlung, die ich so erstens noch ganz frisch und zweitens so aus tiefstem und vollstem Herzen mitgeben möchte, weil ich glaube, es ist die beste deutsche Serie, die ich seit langem, wenn nicht vielleicht sogar ever gesehen habe. Shoutout an Dark. Was auch so gut war. Ja. Auch deutsch. Aber ich habe gestern Schwarze Früchte geguckt. Das ist eine Serie, die in der ARD-Bediathek zu finden ist. Und die spielt oder hat einen kompletten, bis auf wenige Ausnahmen, POC-Cast. Und das nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera. Es ist wahnsinnig schwer, das Genre zu finden, weil es ist natürlich irgendwie Dramedy. Also es ist wahnsinnig lustig und gleichzeitig wahnsinnig traurig. Es ist so awkward, wie Momente in dieser Serie gehalten werden, bei denen man eigentlich so vor Fremdscham aus der Haut fahren möchte. Und sowohl Regie als auch Kamera und eben Cast halten aber diesen Druck aus. Aber das ist so warm und so unzynisch alles und so lustig und feinsinnig und vor allen Dingen so krass hier im Jetzt in 2024. Das ist unglaublich. Also ich kann die Serie wirklich allen nur empfehlen. Es ist ein bisschen spicy auch. Also es ist auf jeden Fall auch so ein bisschen Sex. Und es ist so so unapologetic und es ist so schwarz und es ist so queer und es ist so, ach, es macht so einen Spaß, das zu gucken. Das ist toll. Wirklich. Schwarze Früchte, ARD Mediathek. Danke. Bitte. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. I can't wait. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für dein ganzes Knowledge. Und ich meine, du hast auch so viel Privates geteilt. Dankeschön. Ich konnte für mich schon sehr viel mitnehmen. Wir haben jetzt nur noch eine kleine Rubrik und zwar die G-Tipps. Unsere G-Tipps. Wie schaffe ich es, dass mein Perfektionismus mich nicht auffällt oder definiert? Was würdest du sagen? Sag Bescheid, wenn du weißt, wie es geht. Ich hasse Leute, die sagen einfach machen. Weil ich glaube, für manche von uns ist einfach machen so eine krasse Hürde. und ob man sich da irgendwie im Weg steht, ob es andere sind, die einem im Weg steht, sei aber völlig dahingestellt. Aber so sehr ich jetzt auch gerne sagen würde, einfach machen, einfach machen und perfekt ist auch okay. Ich weiß, dass das, glaube, für so Leute wie dich und mich irgendwie ganz, ganz doll schwierig ist. Und ich glaube, entscheidend ist, da voll mild mit sich zu sein, nachsichtig mit sich zu sein, das anzunehmen, dass das halt für einen so ist. Und wenn man nichts dagegen tun kann, so auch irgendwie mit Freunden und Freundinnen austauschen, nicht hilft oder so eine Innenschau nicht hilft, dann das einfach annehmen. Dann im besten Fall vielleicht dann irgendwann sich doch durchringen, das zu machen und sich zu fragen, was ist eigentlich für mich perfekt? Warum will ich perfekt sein? Und ich glaube, wenn man das einmal so ein bisschen aufgeschlüsselt hat, dann ist die Hürde, das zu machen, vielleicht schon viel niedriger. Aber einfach so über den eigenen Impuls hinweg, sich da irgendwie reinzustürzen, ich glaube, das ist schwer. Ich glaube, das ist total schwer. Aber wirklich zu sagen, was ist es, wovor ich Angst habe? Was will ich da erreichen? Warum bin ich so? Warum bin ich so? Wenn man aber so diese Fragen sich, glaube ich, so ganz ehrlich beantwortet hat und weiß, woher der eigene Perfektionismus kommt, ist es, glaube ich, auch einfacher, ihn zu überwinden. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und was mir auch geholfen hat, meiner inneren Stimme zuzuhören, also mir darüber bewusst zu werden, was ich gerade denke und diese Stimme auch zu beruhigen, also zu hinterfragen, aber auch zu beruhigen. Also nach so einem Tag, wie heute, dass ich nach Hause gehe und sage, oh Gott, ich habe mich da und da und da versprochen, dann habe ich aber auch noch mein anderes Bewusstsein in mir, dass mir auch sagen kann, so it's fine. Du bist auch einfach nur ein Mensch und du hattest ein schönes Gespräch und das hat hoffentlich ganz viele Menschen inspiriert und es war einfach ein guter Moment und nimm den doch einfach dankbar an. Also mit Dankbarkeit, sich selbst auch so ein bisschen diese Sorge zu nehmen von ich bin nicht perfekt, ich bin nicht gut genug für diese Welt. Vielen Dank für das schöne Gespräch, vielen Dank für deine richtig guten Fragen, ich habe mich total gut gefühlt. Danke. Habe ich wirklich, ich wollte dir jetzt nochmal sagen, du hast einen total schönen Moment für mich gemacht und das nehme ich auf jeden Fall auch mit heute. Dankeschön. Ich kann so schlecht mit Komplimenten umgehen, ich bin immer so versteinert. Ja, das sind wir wieder am Anfang, nimm es an, Stefan Degiesinger, nimm dieses Kompliment an. Vielen Dank, ich war voll gerne hier. Danke Hartnett, vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke. Und auch danke an euch ZuhörerInnen da draußen, ich hoffe, dass das Gespräch auch bei euch viel bewegt hat. Uns gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt und auch auf allen möglichen Social Media Formaten, also Instagram, TikTok und so weiter. Lasst uns da gerne wissen, was ihr von der Folge haltet. folgt auch Hartnett auf Instagram und so weiter und verfolgt sie, denn das ist echt eine richtig coole Frau. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder bei G-Spot. Bye, bye. Welcome to my G-Spot. G-Spot ist ein Studio Women's Original. Executive Producer Konstantin Seilenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider, Stefanie Giesinger. Das bin ich. Musik Jonas Hafke. Kamera und Ton Konstantin Lange. Video Paul Ott, CGI Christine Papst, Set Design Nina Oswald und Lilian Seben. Social Media Jessica Linder und Hanna Ackermann. Musik 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 Musik